Wer etwa das Doppelte hinblättert, 4.500 bis 5.000 Mark, wird Herrscher über einen echten Multimedia-PC. Zum Beispiel mit 233er Pentium II MMX-Prozessor und 3,2 Gigabyte Festplatte. Zusammen mit Scanner und Farbdrucker beginnt hier die Welt der grafischen Bildbearbeitung. Und hier kommen auch Mini-Mozarts zur Entfaltung. Und alle Spielefreaks auf ihre Kosten.